Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. dem Horrorurlaub und ich hoffe, dass ich diesmal endlich mal was hinkriegen zur Folge. So, mal schauen, was haben wir jetzt genommen von Tadeln? Wir haben ja eigentlich hier schon ein bisschen was gebaut gehabt, nur kam ich zu, es zu setzen. Wir sind immer die ganze Zeit gestorben. So, wir werden es hier auch mal so reinsetzen. So, da ist ich da jetzt, hä, was macht der jetzt? Der baut da jetzt als erstes eine Mauer. Ja, das hat dann schon einen Sinn. Aber das Sinn kann man erst erkennen, wenn ich mal, dass ich gebaut habe, so. Okay, jetzt muss ich Wände bauen. Woden, Seeling, aber auch noch Fiber, okay. Nein. Nicht schon, dass es ein blöder Spucker. Nicht, dass er mich schon wieder tötet. Wir haben noch kein Bett gebaut, nichts. Jetzt, wo ist er jetzt? Der ist hier in Level 90 oder so, oder? Nein! Nein! Äh. Da kann es ein Ei haben. Ja, so brauche ich Depp. Was, vielleicht, kann ich den ja auch austricksen? Nee, nichts mit austricksen. Oh, ich hab, der kam von irgendwo her. Okay, ich seh doch hinten was. Ist das der Ort, wo wir früher waren? Oh, nee. Nein. Nein. Oh, ja. Hörst du, ich komm nicht mal hinterher? Oder kommst du hinterher? Sie haben ja jetzt gespawnt überhaupt. Map. Oh, ja. Map. Bist du, bitte, irgendwo. Am nicht da, um hier waren. Das ist auch so eine Ruine. Komm, würde ich mich da hinkommen, irgendwie? Das ist schon cool, so eine Ruine hinzukommen, aber. So, letzte Frage. Komm, ich erlebe ich mit dem Wasser? Hier gibt's Öl. Ähm, sag ich Skorpio? Nein, komm hier nicht. Komm jetzt. Hier ist Piranha in der Location. Okay, jetzt zieh sie nach uns. Jetzt zieh sie nach ganz der Mord. Ja, 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 komm. Da kommt die Piranha schon. Da kommt, tötet mich. 120! Kann man überhaupt noch so snow, snow, ja. Hallo, Pippa. Oh. Moment mal. Moment mal. Ist es darum, wie wir anfangs waren? Kann das sein? Da müsst ihr hier hochgehen. Nee, oder? Sind wir echt die ganze Zeit am falschen? Oder warum? Wir waren echt die ganze Zeit am falschen Ort. Wir waren wirklich auf der falschen Insel. Wir waren an der falschen Insel. Wir waren an der falschen Insel. Ach du heilige Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Okay, also jetzt heißt es schnell, schnell, äh, Leder farmen. Wo kann ich jetzt hoch? Hä? Wo kann ich jetzt hoch? Ja, ja. Heißt es schnell, schnell, Leder farmen. Irgendwo her. Äh, um, äh. Ah, super. Überlastet. Äh, um uns ein Bett zu bauen. Wir waren die ganze Zeit auf der falschen Insel. Und warum sagt der Strand? Und ich sehe noch mal so ein Ding. Okay, jetzt muss ich mich hier jetzt so ein bisschen ausrüsten. So, Spitzhacker. Clothes. Ja, wie eine blöde Konsole, hey. Ich wollte nur am besten 0 drücken, damit ich wieder Slotfire abkomme. Inventar. So. Können wir mit dem Climb vielleicht sogar den blöden Biber unterhauen? Kann auch nicht, wie viel Schaden der macht, ne? Wenn es dumm läuft, haut er uns zu Brei, wenn es dumm läuft. Biber natürlich schon klasse, wegen den... Ach, die können wir ja gar nicht reiten. Biber. Äh. Beef. Bee. 35, okay. Und Trike. Trike. 12. Ja, super. Ich hätte schon an einem Trike-Sattel bauen können, wusste es nicht. Na gut. Okay. Ähm. Für den Bogen. Wut und Fiber. Nein. Nein, 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 T-Rex. Ne, Kiganoto. Achso. Da komm, jetzt versuchen wir einfach mal an den Biber... ...Kau zu hauen. Macht sonst eh keinen Sinn. Einfach mal zum Schaden, ob es geht. Okay, da komm ich schon mal nicht zum Strand mit diesem Diganot oder einem Weg. Dann werde ich schon da runter müssen. Das sind ja kleine Dinos, glaube ich. Versuche ich mal den Biber auf mein Kau zu hauen. Torpo, Torpo, so. Klümp. Das, das mir noch, äh, könnte noch besser schützen. Die Hosen noch. Ne, die habe ich schon. Dammte hat die schon gehabt. Äh, die Kopfbedeckung auch so. So, wahrscheinlich töte mich der Biber jetzt. Aber, wenn nicht, habe ich es nicht versucht. So, jetzt sind wir am Strand. Und, hier ist meine Spocker. Puh, ich weiß ja auch nicht. Irgendwie ist das voll. Gras, ein bisschen. So, wenn ich jetzt hier oben baue, bin ich bestimmt gleich noch dieser Schwabe. Bin ich bestimmt sicher, der Schaden des Kaspel eigentlich auch. Nein. Lass mich mal in Ruhe. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Ja, komm. Der, 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 der mich hat nochmal. ich muss den anderen sagen zu süd wie es von location hallo giganotto friss mich unglaublich unglaublich ich weiß doch nicht ich überhaupt stade sterbe ich überall wo ich stade sterbe ich gleich jetzt dachte ich schon wieder kommt ein raubsaurieres gerammt ein bär ok irgendetwas jagt ihn das führer mir am meisten chance habe ich wirklich hier hier am stand dass ich einigermaßen vielleicht überlebe flint und stein das war echt mal gut wenn ich mal hier einen zu hause bekommen würde ich spawne kann nachdem ich gestorben bin bis jetzt war jedes mal das problem sobald ich gestorben bin konnte ich von vorn anfangen weil ich noch nie irgends ein bett hatte so ok jetzt kann man hier noch bessere heizsachen bauen gleich wenn wir die Fiber haben oh wie raptor ich dachte schon ey kann man ihn retten kann man ihn retten oder sind gleich zwei äh so ok wir müssen uns auch jetzt ausrüsten das möglichst schnell einfach möglichst schnell so so hallo hallo ähm warte mal kann ich bestimmt noch die neuen Armschienen und Boots auch freischalten oder ja können wir die halten aber schon ein bisschen mehr aus sind jetzt oben so so kam hier schon den Helm ebenfalls ja haben wir auch dafür fehlt uns wieder Heiz ok ich würde sagen dann holen wir uns mal die Spucker da die uns gerade jetzt hier weggerannt sind wir machen ein paar Pfeile noch das Rimm schocken wir auch noch herstellen wo sind die Pfeile hier so machen sie Leder so machen sie Leder ich habe jetzt Zeug die kommen dann von hinten wieder äh Nudel Entspannter Entspannter so kann ich jetzt nicht bewegen ist jetzt ein Baum in mir gewachsen wie hä hä was ist das jetzt passiert ähm wieso ist wie ich kommt äh äh nee lass los der Body okay keine Ahnung wie das jetzt ging wieder ein Spucker okay jetzt möchte ich eigentlich das Zeug hier retten weil ich will nicht dass das hier jetzt weg geht in zwei Minuten okay kurz Zeit haben ich kann kann ich jetzt schon bauen von den ja okay und dann brauche ich noch wo wo so 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 jetzt jetzt müsste ich hier noch laufen können eigentlich ich kann es gar laufen okay okay jetzt mache ich mal ganz kurz Prozess ich muss einfach mal schauen dass ich hier jetzt mal was hin bekomme wo ich ja wirklich bleiben kann wenn ich die ganze Zeit immer wieder am sterben bin ihr schaut jetzt schon die x-te Folge und ich habe immer noch nichts hingekriegt da kam der Schwabe weiter mit seinem Anfang hier ach du scheiße na gut dann würde ich sagen dann stelle ich jetzt mal hier auf ähm und danach ist auch die Folge schon wieder zu Ende schon wieder über Zeit eigentlich eine Folge hier aber naja das machen wir aber zuerst mal was bringen können bevor man immer wieder stoppt oder das ist immer gerade ja das bringt ja nicht so ich muss eine gerade Mauer hinkriegen wie will ich denn das sonst hier bauen 8 hm das habe keinen Sinn so irgendwie das gebiert eigentlich gerade na warte jetzt mal wir brauchen noch ich baue kurz eine eine Wuden und Pillar Fiber hier hier noch Fiber wenn ich das baue vielleicht äh Abreiß meine ich natürlich ein Fiber super das wird nie hinhauen oh das ist schon lange da wisst ihr was wir machen hier doch mal einen Cut und ja sehen wir uns in der nächste Folge bis dann tschüss tschüss